was soll das denn ist doch nichts mehr sind doch alle meilen weit weg ich muss gerade in den nahkampf eine maus die spinnt und es nervt er hat den rücken zugespacken getroffen ich sehe nicht das ist gerade ein blinder kampf getroffen sehr gut dann kann ich jetzt nämlich auch ein telefon gehen es sind keine feinde in der nähe liebes spiel hier sind keine feinde ich höre das telefon aber dort ist noch einer zwei moment ich muss nicht mehr gerade um die kümmern solange die gegner sind kann ich das telefon nicht nehmen es geht halt gerade nicht dementsprechend müssen wir gerade mal ein bisschen aufräumen zählt ist jetzt als aufgeräumt wie gesagt keine ahnung aber hier ist ja niemand mehr also müsste es jetzt als aufgeräumt gelten oder auch nicht da war noch irgendeiner da hinten wie es mir auf den sack geht gerade noch so hätte es funktioniert interessant ah dankeschön ich habe ihn vertraut sie hatten eine mission und haben die agency verraten sie haben mich gedemütigt die 7 40 schon gar nicht mehr zugehört hat sehr schön ach herrlich so weiter also haben sie gesehen wie er nach dem sturz wieder weggegangen ist können sie ihn beschreiben jetzt raus hier spenden meine zeit 20 leute aber nicht eine beschreibung abgesehen von einer glatze und einem tattoo hinten am nacken denken sie es ist dieser hitman und wenn es die zahnfee war ich kriege das wurde hier abgegeben kitt hat gesagt für den verantwortlichen im fall hitman und dann holen wir das geld mit gewalt zurück dieses jahr kein lösegeld enthalten der fahrer darf ich fragen wo es hingeht hoch south dakota da wo der mythos stirbt die sooo sie wurden vom stilnetzwerk abgemeldet ja danke freut mich ha infos die die welt nicht brauche der nächste fall ist der nächste fall ist dexter industries gegen kevin kevin simmerman hausfriedensbruch wo ist der gefangene sheriff euer ehren der gefangene hatte einen unfall heute morgen in seiner zelle und er wird ins krankenhaus gebracht hm verstehe denken sie er schafft sieht nicht gut aus das war ein schlimmer sturz klage abgewiesen schön dann sollte ich mal zurückfahren und mich um die knackis kümmern wiedersehen euer ehren komischer calls alter äh zu den arrest ach gott was sind denn besagte arrestzellen sagt mir nicht hinter dem nein befindet sich nicht zum ersten mal in diesem gerichtssaal der angeklagte steht hier noch ach du scheiße guckt euch mal an was da alles abgeht hier oh fuck alter die bewahrungskameras haben wir hier auch noch na geil aufenthaltsbereich für die sicherheitsleute und das personal kommt hier rein das personal ist mir in dem fall scheißegal weil den typen kann ich auch so ausschalten so verkleiden damit wäre dann schon mal nummer eins ausgeschaltet wir haben eine verkleidung das ist gut Frage ist nur was uns das bringt was haben wir hier eine vase cool eine vase das freut mich was haben wir hier nichts spannendes für uns ist immer sehr interessant neue level auswendig äh 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 nee nee nö halt die schnauze oh fuck da war noch einer hahaha ja komm nimm ich doch die falsche stadt aus idiot ja geil ne vergesst es Kontrollepunkte neu starten also wir dürfen da vorne nicht ins büro sonst haben wir ein problem sonst haben wir ein sehr großes problem wir können es natürlich aber auch das heißt natürlich aber auch langsam langsam ach halt die klappe ja alter hab ich ihn daneben geschossen respekt ist ja voll in die wand gegangen der schuss los nimm ihn und schlepp ihn dumm 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 da vorne gehen wir nicht rein wir können dann jetzt mal gucken was ist zum Beispiel was es zum Beispiel hier hinten gibt Toiletten Toiletten lassen sich auch mal betrachten äh das ist die Damen Toilette ich nehme mal die Männer Toilette mach doch wenn du hier bist schieße ich dich tot hey nicht weglaufen lassen sie's ich hab dich gewarnt schleppen da rein fertig aus solange jetzt hier gerade keiner aufs Klo muss wäre das von Vorteil sehr gut äh so da kann ich mich auch theoretisch aha da haben wir doch schon was interessantes einen Lüftungsschacht der bringt uns wohin einmal spähen bitte ah zu den Damen Toiletten geil weißt ob wir uns das jetzt bringt nichts aber wir sind auf den Damen Toiletten na 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 hi ah die süß ähm ja zum Glück alter ja ich seh fast so aus wie da drüben kann ich rein da drüben will ich auch rein wir gehen nach Hause ich hab nur ne Spritztur gemacht niemand kann beweisen dass die Tare angesagt alter noch ein Cop was geht denn hier ab ne 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 viel zu viele Cops das ist ganz und gar nicht gut kann mal einer weg gehen ja er bleibt ja noch da stehen ok wir probieren es einfach mal aus ah es hat gerade so gereicht da gibt es ein Fenster wo ich raus kann und das war es in dem Fall auch schon ja ja dieser beschissene Dinosaurier ist startklar voll unauffällig ähm oh Gott was geht denn hier ab kann ich hier irgendwie runter oder was ach da ok wo komm ich denn jetzt hin was gibt es denn hier außer das übrige gelöt wieso gar nix da sind doch nur die Toiletten und alles naja genau da war ich ja vorhin schon ich geh mal gerade unten gucken oh oh nur für Sicherheitspersonal ja wie gesagt ich hab kein Instinkt mehr ah warte mal ist da ne Tür ja da komm ich rein das wollte ich wissen ähm ich muss doch sehr bitten so Sir hätten sie einen Moment ja oh oh der hat was gehört der hat was gehört der hat was gehört war aber was muss das muss war und was jetzt erst recht muss ist äh den hier ganz schnell loswerden und seinen Kollegen hier ganz schnell loswerden so mein Instinkt ist immer noch nicht der höchste das ist nicht cool das ist nicht cool eins zwei das waren hier auf jeden Fall alle hier kann er sich mal umdrehen das fände ich sehr nett von dem Kollege dreh dich um jetzt mach danke hey äh Chloe ich will ja nicht paranoid klingen hier drüben klingt seltsam ich überprüfe das mal den bin ich los okay den bin ich los da ist ein Rohr komm ich da hochgeklettert mal guck ich gleich ihr kids kommt jetzt fort hierher zurück und schaltet die scheiße ab Kriegs ein glatz kopf scheuß ein glatz kopf ja hei uuuh guck die 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 k die die uns